Jo Leute, was geht ab? Angefährlich am Start, heute mit einem neuen YouTube-Video. Wir haben mal wieder neuen Content zu Diablo 4. Am Donnerstag kam ja der Livestream zu dem Developer-Update, zu dem Codex of Power. Andere Fragen noch, die Call-A-Session wurde revealed, da habe ich ja schon ein Video dazu gemacht. Könnt ihr euch auch gerne abchecken. Außerdem noch das neue System Codex of Power. Dann noch hauptsächlich UNAs, unter anderem Season und so weiter, wie der Battle Pass funktioniert. Ob es wieder Unix geben wird. Das werde ich euch alles verraten, außer wie der Codex of Power genau funktioniert. Bevor wir aber in das Video reinsteigen, würde ich mich mega mit einem Daumen nach oben freuen. Und außerdem über ein Abo auf dem Kanal, damit ihr mich noch weiter unterstützen könnt. Und ich das in Zukunft noch größer aufziehen kann. Natürlich, wenn euch der Content gefällt. Ich habe aus dem Discord, könnt ihr gerne vorbeigucken, mit einem Anni und einem Terrorzone-Tracker. Da wird es auch in Zukunft noch mehr die vier Kategorien geben, sobald die Beta und so weiter mal raus ist. Und ist wie im Firma die Woche auf Twitch. Montag, Donnerstag, 20, 30 bis 23 Uhr. Freitag, Samstag, 23, 30 bis 3 Uhr. Da wird auch sobald Diablo 4 draus ist, erstmal noch Diablo 4 Action geben. So, jetzt gehen wir aber direkt mal rein. Ich lasse dann im Hintergrund das Video dazu laufen von dem Gameplay-Footage. Und zwar sprechen wir noch direkt mal über den Codex of Power. Das ist nämlich das neue System... Moment... Das ist nämlich das neue System, was eingeführt wird. Denn hier handelt es sich um diese Legendary Powers, die ich schon mal beschrieben habe. Durch diesen Codex of Powers, das werdet ihr gleich noch sehen, kann man quasi Legendary Powers, die auf einem Legendary Item sind. Also zum Beispiel, wie sie es hier erwähnt haben, dass die Charge Ball, die man hat, nicht mehr normal wie ein Spell gecastet werden, sondern um einen rumfliegen, A zu Melee, dass man einen Melee-Char bauen kann. Und wenn man diesen Affix auf einem Legendary drauf hat, das Legendary Item aber gar nicht so geil ist, kann man zu dem Okkultist gehen, so heißt er, und kann diese Power extrahieren. Und dann kann man sie auf einem anderen Item drauf machen, das man möchte. Zum Beispiel auf ein Rare Item oder auf ein Legendary Item, ein anderes, um die Power zu überschreiben, wenn man zum Beispiel einfach ein viel besseres Item hat. Das Geile dabei ist, das habe ich aus Reddit und so weiter vernommen, Rare Items haben eine höhere Stat-Range als Legendary Items. Das heißt, das beste Item oder beste mögliche Item ist nicht ein Legendary mit der richtigen Power, sondern quasi ein Rare Item, in dem ihr ein Legendary Power drauf macht. Hier seht ihr nämlich, halten wir mal kurz an, Dungeon Complete. Und da bekommt ihr jetzt eine Power. Sie haben auch im Game gesagt, in dem Stream gesagt, dass es über 120 Dungeons gibt. Die werden alle zufallsgeneriert. Und am Ende von den Dungeons findet ihr sehr viele Powers. Die haben aber den niedrigsten Werten, einfach damit ihr eurem Bild schon mal losfahren könnt. So wie ich das schon im letzten Video gemeint habe, dass man zum Beispiel nicht einfach erstmal Griffins und Infinity braucht, um eine Lightning-Sock starten zu können, sondern einfach mal die Lowest-Stats hat, was ich eine sehr geile Idee finde. Und ich jetzt eben auch jetzt veranlagt Aspect of Overwhelming Bowls. Das ist das, was ich gerade erwähnt habe, dass diese ganzen Thunder Bowls um einen rumschwirren. Und wie man ja gesehen hat, haben wir das jetzt nicht auf dem Legendary Item drauf, sondern wir haben das direkt freigeschalten, denn sie haben es auch so erwähnt. Man kann nicht alle Legendary Power zwar über Dungeons freischalten, aber viele, auch so die für ein Core-Build nötig sind, kann man über das Abschließen von Dungeons freischalten. Natürlich noch sehr, sehr seltene Chase-Powers, auch die werden nur auf Legendaries drauf sein. Und jetzt gucken wir es doch mal an. Jetzt müsste eigentlich direkt es zu dem Okkultisten gehen. Und da ist es nämlich interessant, hier sieht man schon, da sieht man die ganzen Aspekte. Was nämlich noch erwähnt wurde, was sehr geil ist, ist darum A, die Aspekte, nicht nur klassenspezifisch für dich, sei es, wenn man eine Sorg spielt, darum nicht nur eine Sorg, sondern auch zum Beispiel Druiden, welche für Werber oder sowas, Werwolf oder welche für einen Barbar. Und man kann die dann einlösen beim Okkultisten. Und dann sind die Account weit. Das heißt, wenn man mit seinem Level-1-Barb zum Beispiel anfängt, hat man diesen Aspekt direkt. Und das finde ich eine sehr geile Methode, denn so wird das Level-1 vereinfacht. Denn ich finde, wenn man ein Twink-Spiel, sollte man es einfach einfacher haben, wie wenn man jetzt mit dem ersten Char startet. Also das finde ich eine sehr, sehr geile Option, dass diese eingeführt haben. Und dann gucken wir es doch mal an. Hier Codex of Power, hier der Total Aspekt. Da sieht man, wie viele man hat schon. Ganz cool. Und hier auch die Progress von den Challenges. Und jetzt sieht man es hier. Da sieht man auch schon mehrere. Hier zum Beispiel, you gain 0,25% increased armor zum Beispiel. Oder auch andere. Gehen wir nochmal zurück, wenn ich es erwische. Warten wir noch kurz. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, tatsächlich sehr geil, weil ich finde, Crafting ist auch gerade in so einem Spiel, hier Aspect of Draven, Basic Skills, 25% Damage Reduction vor 4 Seconds. Und hier das Coole ist, hier sieht man auch Unlocking by Completing Dark Raven in Dry Steps. Das heißt, das Coole ist, ist mal ein bisschen so, man sieht, okay, ich will diesen Bild spielen, was muss ich dafür machen? Ah, okay, geil, in die Stunge muss ich gehen, um es freizuschalen. Dann finde ich es ganz geil. So kann man, ne, Determistik-Farmen, wie zum Beispiel bei Diablo 2, wenn man mehr fest zu Farmen geht. Natürlich wird es auch Legendary Power geben, die man nicht direkt erfarmen kann und die nur auf Legendary Items tatsächlich drauf sind. So, und, ne, geht er durch die ganzen durch. Und dann sehen wir jetzt gleich, wie er diesen Aspekt auf sein Legendary Item drauf macht. Das sollen wir jetzt gleich sehen. Dann, jetzt gehe ich gleich zum Okkultist. Genau, dieser Okkultist, der kann nämlich diese Legendary Powers extracten und verändern. Und jetzt sehen wir gleich, hier ist nämlich schon ein, wenn ich es erwische, hier ist nämlich schon ein Legendary Effect drauf, ne, Cracklink Energy mit einem Legendary Stab. Wie gesagt, das kann ein Rare Stab sein. Diesen Rare Stab kann man durch eine Legendary Power zu einem Legendary machen. Wie gesagt, das finde ich ganz cool. Und jetzt kann man es aber einfach überschreien, wenn man so ein richtig geiles Rare Item gefunden hat und denkt, oh, ich will es aber jetzt nicht warten, bis ich die richtige Power habe, sondern man kann es überschreien. Was ich sehr geil finde, jetzt sehen wir hier, man legt es rein, wählt man den Codex of Power aus und dann macht man quasi den neuen Aspekt drauf. Was auch ganz cool ist, weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt, hier ist ein Aspekt from Inventory. Das ist nämlich das nächste. Man kann tatsächlich die Aspekte drainen. Legendary sind zwar BOP, also Bind und Pickup oder Bind und Account Bind, aber wenn man eine richtig, richtig seltene Legendary Aspekt hat, dann kann man die quasi extrahieren, hat das im Inventar und kann dann die in einem anderen Spieler drainen oder so. Und da kann man die Legendary Aspekte hier gegenseitig rumdrainen. Finde ich tatsächlich sehr geil. Das ist dann sinnvolles Straten und finde ich tatsächlich sehr cool. Man hat die zwei Möglichkeiten und das finde ich tatsächlich auch sehr wichtig, weil ich finde, ein gutes Crafting-System gehört inzwischen zu einem guten Action-RPG dabei. Bestes Beispiel, Last Epoch hat meiner Meinung nach das beste Crafting-System und es macht einfach super Fun. Man kann sich mega geile Items dadurch craften. So, und da seht man jetzt, er hat die neue Legendary Power da drauf gemacht und dann, ja, Spieler mit, wie man jetzt auch noch sehen hätte, die Waffe ist hier Damage per Second, also man macht wieder Damage von seinen Waffen abhängig. Ob ich das so geil finde, weiß ich nicht, muss ich mich tatsächlich überraschen lassen. Und die Sachen habe ich ja schon mal angesprochen in den letzten Videos. Aber All-Stats zum Beispiel, Damage to Sloat Enemies und so, finde ich ganz cool. Also da haben wir tatsächlich endlich wieder sinnvolle Stats drauf. So, außerdem, was es auch noch gibt, ähm, die Legendary Powers, das ist ganz cool, können tatsächlich, wenn sie auf Items dropen, auf allen Slots dropen, egal auf Fation, also auch auf nicht vorhergesehenen Slots, und man, wenn man es aber extrahiert und auf Items drauf macht, können sie tatsächlich nur in diesem Item-Slot, der dafür vorgesehen ist, craften. Finde ich ganz geil, denn so kann es auch manchmal sein, dass man vielleicht ein Legendary-Item findet, das sogar besser ist, ne? Also dieses Jäger-Sammler-Prinzip wird hier sehr gut, ja, dargestellt, oder wird sehr gut verfolgt, ne? Ich hoffe, wir können es dann auch in der Beta austesten, und es ist ein relativ cooles Konstrukt, finde ich zumindest, ne? Da hat man sich ein bisschen was überlegt, nicht wie der Kanaikub in D3, der ja nicht so geil ist. So, außerdem, das war es erstmal zu dem Codex of Power, ne? Wie gesagt, ne, so die wichtigsten, man kann sie in Dungeons finden, die Core-Builds, es gibt über 120 Dungeons, man kann seine Legendary-Items dadurch überschreiben, man kann die extrahieren, um sie dann einem anderen Spieler zu traden, man sieht in diesem Codex of Power, wo man die finden kann, ne? Manche droppen in den Dungeons, manche bekommt man aber nur über die Legendary-Items tatsächlich an sich. Also, ne, das ist so verteilt, und ich finde es tatsächlich sehr geil, denn, wie gesagt, in D2 war es nervig, ich konnte eine Lightning-Sog erst wirklich mit dem Griffins und mit einem Infinity spielen. Ja, so, jetzt gab es aber außerdem noch ein Q&A, ne, über mehrere Sachen, und das möchte ich mal kurz zusammenfassen, unter anderem, was ich natürlich das Geilste finde, das direkt vorneweg, es wird wieder Unique-Items geben, und das wird, das werden sogar Chase-Items werden, ne? Also, schon angekündigt, Mage-Fist wird es auf jeden Fall geben, Windforce, Grandfather, wie sie es gesagt haben, Shaco, aber es ist eigentlich die Harle-Kens-Crest, also, ne, Harle wird es geben, Shaco, äh, ist selber schon verbrochen, Harle, Grandfather, Windforce, Mage-Fist, noch viele mehr, aber auch neue Unique-Items, und Damset hat sich gesagt, die sind sehr, sehr selten, und genau das will ich haben. Ich will Items, wie Griffins haben, für die ich wirklich wochenlang farmen möchte, aber die dann auch richtig geil sind, ne? Deswegen, ich freue mich da richtig drauf, ich hatte am Abend ja eine sehr, sehr große Saison, um diese Itemization, wie es vor zwei Jahren aussah, aber ich muss sagen, es gefällt mir immer mehr, klar, so ein, zwei Sachen gefallen mir immer noch nicht, aber, ne, es entwingt sich auf jeden Fall in die richtige Richtung, und das macht auf jeden Fall schon sehr viel Sinn, und ich denke, das wird auch sehr, sehr cool, vor allem, ne, den Aspekt, dass Rare-Items die höchsten Stud-Ranges haben können, damit, ja, auch Rare-Items wieder, ne, wie in Diablo 2 mega selten oder mega wertvoll sein können. Außerdem, ne, noch so ein brandes Thema, was es gab, gerade um diese Pre-Order-Sachen, wann denn die erste Season beginnen wird. Geht die direkt los und haben dann die Leute, die, ähm, die gepreordert haben, ne, die die Deluxe Edition haben und am Zweiten haben die direkt einen Vorteil. Nein, so wie ich es im letzten Video gesagt habe, ne, es ist erstmal eine Pre-Season, die ersten zwei, drei Wochen, damit man so das Spiel ein bisschen auskunden kann, wie es alles läuft, und nach zwei, drei oder vier Wochen geht es an die Season. Ich hoffe tatsächlich nicht, dass es so wie bei Diablo 2 ist, dass es erst ein halbes Jahr später reingeht, da es aber ein sehr neues Spiel ist und da ja sehr viele daran entwickeln, denke ich mal nicht. Also wenn so zwei, drei oder vier Wochen danach losgehen wird, finde ich es tatsächlich sehr, sehr geil, denn da konnte man schon, ja, sich einen Einblick verschaffen, okay, was will ich denn jetzt in der Ladder überhaupt spielen? Ich freue mich megamäßig drauf. In den nächsten Devstreams gibt es außerdem noch Updates bezüglich der Season-Inhalte, was dann kommt. Außerdem wird es wieder ein Seasonal-Part, also nicht zu diesem Battle-Part, wie ich ihn schon erwähnt habe, da wird es auch ein bisschen Seasonal-Journey geben, wie in Diablo 3, wo man auch Cosmetics und so weiter kriegt und der Battle-Part geht über die ganze Season und man muss nicht jeden Tag spielen, also es sind keine Daily-Events oder sowas, Weeklys, sondern man kann in seiner Pace spielen, man kann es alles manchmal an einem Tag machen, wenn man es möchte oder man kann das Ganze auch verteilt machen. Ich gehe jetzt mal wieder zurück, damit ihr da ein bisschen Gamble habt und deswegen finde ich tatsächlich auch eine sehr coole Möglichkeit, also Battle Pass, wie ich schon gesagt habe, ich habe jetzt da nicht so ein Problem, aber er geht über die ganze Season und man kann in seiner eigenen Pace das Ganze quasi machen. So, das war es eigentlich auch, klar, es gab noch so ein, zwei Q&As über Xbox und so, aber das ist halt Konsole, also wenn ihr es auf der Konsole gekauft habt, müsst ihr es natürlich noch auf dem PC kaufen, das ist ja klar, dass ihr nicht das Spiel auf der anderen Plattform besitzt. So, das war es dann mit dem ganzen Inhalt mal so kurz zusammengefasst. Das Video geht zwar noch viel länger, ich werde es auch in die Description reinlegen, aber da wird noch sehr viel über die Collector's Edition gesprochen, die werde ich mir tatsächlich wahrscheinlich gönnen, denn ich habe ziemlich Bock drauf, dann werde ich mit euch auch ein Opening machen on Stream, könnt ihr dann auch gerne vorbeigucken. So, fassen wir doch noch mal kurz zu haben, ich habe es ja, Codex of Power wird eingefilmt, ein sehr geiles System, es kommen Unique Items zurück mit Chase Items wie die Harle, Grandfather und so weiter, der Battle Pass geht über alle, über die ganzen drei Modeln, man kann es in seinem eigenen Pace machen, die Season Journey wie in Diablo 3 kommen wieder und die Season geht erst zwei bis drei Wochen, danach los, nachdem das Spiel rausgekommen ist. So, ich hoffe euch, das Video hat euch gefallen, ich konnte euch einen kleinen Einblick in Diablo 4 geben und ich hoffe, ihr seid so wie ich und freut euch übertrieben auf das Spiel und sobald die Beta rauskommt, wird hier auf jeden Fall noch viel mehr Content geben. Dann hoffe ich, dass ihr auch selber spielen werdet, sobald die Beta rauskommt, ihr könnt außerdem in die Kommentare schreiben, wie ihr den Stream-Funnel dann tatsächlich, viele haben gesagt, irgendwie ein bisschen wenig neuen Inhalt haben wir bekommen und so, aber es war dadurch, dass der Erste war, ja, haben sie gesagt, waren sie A, sehr nervös und B, wollen sie halt mal so ein paar Sachen abklären und in den nächsten Streams geht es dann mehr um Dinge, die wir noch nicht gesehen haben. Können aber gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon geil habt und schon oft gesagt, wie ihr euch auf das Spiel freut und vielleicht auch, was ihr spielen werdet und was ihr von den ganzen Inhalten hält, die ich euch vorgestellt habe. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Wieder, ciao! Ciao! Ciao!